Ich finde, man sollte andere Menschen so behandeln, wie man selbst behandelt werden will. Hat Jesus das nicht gesagt? Genau. Außerdem sollte man immer einem Gefallen dem Geld vorziehen. Ich glaube, das hat Jesus auch gesagt. Ob er das Zweite gesagt hat, weiß ich nicht. Das Erste könnte aber sein. Alle haben gedacht, oh, aus diesem Richard Imaso wird nie was werden. Aber jetzt spiele ich draußen mit. Ich habe Leute, die arbeiten nur für mich. Meine Ideen. Ich schmeiße den Laden. Ich bin der Quarterback und ich gebe keine Ruhe. Er war nicht wirklich in guter Form und sein Scheitel verdeckte recht. Raffiniert, was nicht da war. Aber er besaß ein Selbstvertrauen, das mich anzog. Mein Vater hat mir beigebracht zu glauben, dass alle Menschen gut sind und man zu allen Menschen gut sein muss. Das Leben ist lächerlich. Und du weißt, dass ich vor dir niemals schlecht über deinen Vater reden würde. Aber dein Vater ist ein krankes Arschloch. Daddy ist ein krankes Arschloch? Sag sowas nicht. Aber ja. Hey, spiel deine Rolle. Gut. Spiel du deine Rolle. Musstest du je einen Weg finden, um zu überleben? Und du wusstest, dass seine Chancen schlecht standen. Aber dennoch musstest du überleben? Wir waren so lange so erfolgreich, weil wir immer den Überblick behalten haben. Wenn ihr so erfolgreich wart, warum bist du dann jetzt mit mir in diesem Raum? Und lässt dich von mir rumkommandieren? Mein Name ist Agent DiMasso und ich habe hier einen Koffer mit 75.000 Dollar für Bürgermeister Carmine Polito. Wir werden unsere Sache gut machen, nicht wahr? Wir werden das Licht finden! So ist es! Wir müssen all diesen Typen eins auswischen. Nur darüber müssen wir uns jetzt Gedanken machen. Wir müssen all diesen Typen eins auswischen. Das muss unsere allerbeste Nummer werden. Wir müssen alle Bedeutung sein.